Was ist die wirksame Vagusnerv-Meditation? Herzlich willkommen heute zur wirksamen Vagusnerv-Meditation. Der Vagusnerv ist verantwortlich für die tiefe Entspannung, für die Verdauung, für den Schlaf, aber auch für ein gesundes Nervensystem. Und heute in der heutigen Zeit sind die meisten Menschen ein bisschen zu fest im Sympathikus-Modus. Zu mir war es wichtig, die Meditationstechniken, die ich unterrichte, auf den Prüfstand der Wissenschaft zu stellen. Ich habe bei Dr. Hobert am Steinhuder Meer das gemessen mit einem VSN-Gerät, wo man auch Sympathikus, Parasympathikus und andere Sachen, Herz, Kreislauf, Puls messen kann. Und da habe ich festgestellt, welches die effektivste Meditationstechnik für den Vagusnerv ist. Das ist eine Herzmeditation und die machen wir jetzt gemeinsam, eine kurze Version. Und selbst in wenigen Minuten hat das eine ganz starke Wirkung auf deinen Vagusnerv. Ich wünsche dir eine tiefe Entspannung und eine wundervolle Herzmeditation. Schließe deine Augen, wenn es dir angenehm ist, am Boden, sonst auf dem Stuhl, die Wirbelsäule aufrichten und spüre den Atem. Und wir beginnen mit einem Satz, den du innerlich wiederholst. Ich bin liebevoll mit mir selbst. Ich bin liebevoll mit mir selbst. Wiederhole diesen Satz einige Mal. Ich bin liebevoll mit mir selbst. Und dann erinnere dich, wie es sich anfühlt, wenn du liebevoll mit dir selbst bist. Erinnere dich an dieses Gefühl. Und dann erinnere dich an dieses Gefühl. Und dann der zweite Satz. Ich bin mitfühlend mit mir selbst. Ich bin mitfühlend mit mir selbst. Ich bin mit mir selbst. Ich bin mit mir selbst. Ich bin mit mir selbst. Und dann erinnere dich daran, wie du dich fühlst, wenn du ganz mitfühlend bist mit dir selbst. Zum Beispiel, wie du dir verzeihen kannst. Ich trösten kannst. Und dann kommt, ich bin freudvoll mit mir selbst. Ich bin freudvoll mit mir selbst. Jetzt wiederhole das einige Male. Und dann rein. Erinnere dich, wie fühlst du dich, wenn du ganz freudvoll bist mit dir selbst? Du ganz viel Freude hast mit dir selbst. Wie fühlt sich das an? Und dann noch das Letzte, ich bin gelassen mit mir selbst. Ich bin gelassen mit mir selbst. Wiederhole das innerlich. Ich bin gelassen mit mir selbst. Und dann erinnere dich. Wie fühlst du dich, wenn du ganz gelassen bist mit dir selbst? Sogar in schwierigen Momenten gelassen bleibst. Und nun spür die Atmung. Und wenn der Vagusnerv in Balance ist, parasympathische Nervensystem, aktiv ist, ist der Atem entspannt. Tief und langsam. Und wie fühlst du dich jetzt geistig? Wenn der Vagusnerv in Balance ist, bist du ruhiger und stiller. Und dann öffnest du langsam die Augen. Ja, diese Kurzmeditation hilft dir, ganz gelassen zu sein, ganz entspannt zu sein. Und auch ganz in deinem Herzen zu sein, ganz bei dir zu sein. Ich wünsche dir, dass du dir diese Vagus-Herzmeditation immer wieder schenkst, denn es geht nur kurz und wirkt maximal. Herzlichen Dank. Namaste.